So Leute, willkommen zurück zu Five Nights at Freddy's Help Wanted. Ich find's immer noch ein bisschen arg hell hier drin. Aber ich bin mir nicht sicher. Ich hab jetzt mal ein bisschen Nervennahrung gehabt. Ich hab immer noch keine, wie man die Tapes anguckt. Und ja. Wir gehen mit etwas Nervennahrung jetzt an die nächste Nacht. Ich hab's jetzt mal, glaub ich, ein bisschen lauter gedreht. Oh, hey, you're doing great. Most people don't last as long. I mean, you know, they usually move on to other things by now. I'm not implying that they died. That's not what I meant. Anyway, I better not take up too much of your time. Things are getting real tonight. Hey, listen, I had an idea. If you happen to get caught and want to avoid getting stuck into a Freddy suit, try playing dead. You know, go limp. Then there's a chance that maybe they'll think that you're an empty costume instead. Then again, if they think you're an empty costume, they might try to step a metal skeleton into you. I wonder how that would work. Yeah, never mind. Scratch that. It's best just not to get caught. Okay, I'll leave you to it. See you on the flip side. Yeah. Oh, fuck. Oh, fuck. Ah. Okay. Bonnie is there. Oh, fuck. Oh, fuck. Spinde. What's that for a sound? Okay. Oh, ich hab... Okay. Mein Mousebinding ist offenbar... ... ziemlich hinüber. Oh, kacke. Über das rechte Tür muss ich jetzt geschlossen halten. Okay, Bonnie ist da drüben. Okay. Gut, dann hab ich aber nur eine Tür, auf die ich mich konzentrieren muss. Okay. Okay. Wo ist... Ah, ich würde schon wieder raus. Ach ja, ist okay. Okay, du bist da. Ich sollte die Lichter nicht so oft kontrollieren. Okay, wir haben noch nicht mal 5 Uhr morgens. Ich höre Schritte aber, glaube ich, von rechts. Okay, das sind... Ah, schon wieder raus. Okay, rechts ist egal. Rechts kann ich mich nicht drauf konzentrieren. Okay, solange er da ist, passiert mir nichts. Problem ist... Unsere Power geht aus. Ja. Wir haben keinen Strom mehr. Und wenn jetzt nicht... 6 Uhr morgens ist... Komm, gucken wir mal. Ah! Wirklich auf 0 kalkuliert. Das wäre deutlich einfacher gewesen, wenn Freddy uns da nicht die ganze Zeit in die Fähre gekommen ist. So, jetzt will ich mal gucken, ob ich das mit dem Mausbeinding irgendwie reparieren kann. So, kein... Ah, ich sehe wo. Ganz oben links in der Ecke kann meine Maus rausklippen. Und das ist nicht gut. Es kann sein, dass ich es euch ein bisschen zu laut gemacht habe jetzt, aber weiß ich nicht. Oh, Freddy plüsch. War gemein zu uns. Ich weiß immer noch nicht, wie das mit den Tapes funktioniert. Ja, ja, du da... Du kannst mich mal... Ich glaube immer noch, ich habe es zu hell. Aber ich bin mir nach wie vor nicht sicher. Was, wenn ich das hier mache? Kann ich hier auch nichts machen? Da sieht er bloß noch ein bisschen gruseliger aus. Aber wir haben auch keine neue Münze oder sowas, ne? Oh Gott, Nacht 4. Ich habe ein bisschen Sorge vor Nacht 4. Aber okay, komm. Hauen wir weg. Wir überleben. Oh, hello. Oh, hello. Hey, wow. Day 4. I thought you could do it. Hey, listen. I may not be around to send you a message tomorrow. It's been a bad night here for me. Hey, I'm kind of glad that I recorded my messages for you. Hey, do me a favor. Maybe sometime you could check inside those seats in the back room. I'm going to try to hold out. I'm going to try to hold out until someone checks. Maybe it won't be so bad. Yeah, I always wondered what was in all those empty heads back there. I hope that's the noise from the kitchen. I'm going to try to hold out. Okay. 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 Mach die Musik aus. Mach das Licht aus. Okay, er ist jetzt hinter in den Schrank gegangen, ne? Okay. Ist das in Ordnung, Foxy? Okay. Ah, ich bin schon wieder raus. Ich glaube, ich muss das Spiel gleich mal neu starten, dass das nicht mehr passiert. 3 Uhr morgens und weniger als die Hälfte an Power. Ich glaube, du kannst mich machen. Ich glaube, du kannst mich machen. Das Problem ist halt, ich darf die rechte Tür jetzt nicht mehr öffnen. Okay, der ist da. Foxy steht aber auch schon wieder in den Startlöchern. Wir haben erst 4 Uhr morgens. Wir dürfen halt auch nicht so oft an, also Foxy überprüfen. So, Licht mache ich jetzt einfach mal nicht an. Oh, da ist eine Münze. Oh Gott. Ja, ich habe zu lange auf seine Cam geguckt. Oh, fuck. Ich glaube, es war noch nicht mal 5 Uhr morgens. Los, komm, hol mich. Das war aber nicht Freddy. Das war nicht Freddy. Wer war das? Freddy sieht anders aus. Freddy hat eine braune Färbung. Das war nicht Freddy. Versuchen es nochmal. Ich bin heute irgendwie ein bisschen entspannter. Ja, ist okay. Okay, die Strategie für uns jetzt. Zum Überleben ist es. Wir hören Schritte rechts. Wir machen dicht. Okay, da ist Bonnie. Okay. Chica geht auf Kuschelkurs. Und Foxy ist auch bereits in den Startlöchern. Das ist nicht gut um 1 Uhr morgens. Normalerweise heißt es halt, man darf nicht so oft Foxy... Moment, ist das Freddy? Okay. Wenn das Freddy ist, ist es gut. Ich habe aus dem Fenster gedrückt, vor Schreck. Shit! Ich habe aus dem Fenster gedrückt, ich will ins Menü. Ich wollte ganz schnell noch den Zug knopfen. Hast du noch Spaß gemacht? Nein! Das ist großartig zu hören. Nein, habe ich nicht. Ich will zur Dombola. So, ich habe mir jetzt was Neues. Ist das eine Kakerlake? Wie kann ich essen? Aber ich glaube, es ist wahrscheinlich nur eine Süßigkeit, die aussieht wie eine Kakerlake. Ich nehme nicht an, dass das nicht ist. Doch, habe ich gerade eine Kakerlake gegessen. Ne. Okay. Der letzte Schreck, der sitzt mir echt ein bisschen drin. Der hat mich kalt erwischt. Oh, Nacht 4. Nacht 4 ist gemein. Wo auch ehrlich gesagt, ich so Bock auf den anderen ist. Gut, Leute. Ihr lasst mir jetzt erstmal ein altes Kommentar da. Einen Daumen nach oben, würde ich mich unheimlich drüber freuen. Und wir sehen uns, wenn es weitergeht, mit Five Nights at Freddy's Help Wanted. Freut mich, dass ihr so viel Spaß beim Leiden habt. Bis dann, euer Wolf.